Musik Am Jugendcamp finde ich toll, dass ganz viele verschiedene Leute da sind aus verschiedenen Regionen. Ich finde es einfach klasse, dass so viel angeboten wird, von Sportwettbewerben über Bands bis zu verschiedenen Workshops. Alle vier Jahre laden wir zum Jugendcamp ein. Live-Konzerte, Andachten, Aktionen. Zuletzt in Mörs am Niederrhein. Beim Jugendcamp fand ich besonders spannend, dass ich Menschen treffen konnte, die es uns nicht getroffen hätten. Zum Beispiel durfte ich eine Podiumsdiskussion moderieren mit einem Minister. Am besten am Jugendcamp hat mir persönlich gefallen die Marimba-Gruppe. Ich wusste vorher nicht, was Marimbas sind. Die machen einen ganz abgefahrenen Sound. Überraschungen und neue Erfahrungen. Vier Tage Camp-Atmosphäre. Hier könnt ihr Leute treffen und Freunde finden. Im Juni 2010 in Idar-Oberstein, wo der Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland zu Hause ist. Hallo, hier sind wir in der Fußgängerzone von Idar-Oberstein. Hier wird ein großer Teil des Jugendcamps 2010 stattfinden. Insbesondere am Abend der Begegnung habt ihr die Chance, die verschiedenen Angebote, die es geben wird, zu erkunden. Über 300 Events. Ein Programm voller Highlights. Passettenreich und Felsenfest. Das ist das Motto des Jugendcamps 2010 in Idar-Oberstein. Wo es jetzt noch kalt ist, treffen wir uns im Sommer 2010. Idar-Oberstein ist berühmt für seine Edelsteine und eine Kirche mitten im Fels. Ich freue mich aufs Jugendcamp, weil ich euch gerne kennenlernen möchte und vor allem, weil ich mit euch Fußball spielen möchte. Es wird ein Skate-Event geben und auch viele andere Sportevents, die wo ziemlich cool werden. Vielleicht trauen sich ja auch ein paar Jungs gegen uns zu spielen. Auf Jugendcamp kommen ja oft auch Jugendliche aus anderen Ländern. Einfach die Gemeinschaft zusammen erleben. Und ganz besonders empfehle ich euch die kulinarischen Angebote, den Idar-Oberständer Spießbraten. Der ist nämlich sehr lecker. Ihr seid das Programm. Beim Jugendcamp könnt ihr mitspielen, mitreden, mitmachen. Eure Ideen kommen an. Bunt und vielfältig, so stelle ich mir das fest vor. Bunt und vielfältig wie die evangelische Jugend im Rheinland. Ich freue mich auf euch. Ich mich auch. 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 Ich mich auch.